Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Silvia Stiesel. Sie arbeitet als Coach und Speakerin und mit ihr sprechen wir über Freisein in Beziehungen. Frau Stiesel, eine neue Beziehung hat oftmals ganz starke Auswirkungen und zwar auf das gesamte Sozialleben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir erstmal in eine Verliebtheitsphase kommen und dann ist natürlich erstmal alles schön, alles neu und wir geben dem Partner oder der Partnerin die erste Position in unserem Leben. Und wir wollen natürlich was Besonderes sein und wir wollen alles richtig machen. Und manchmal liegt ja auch darunter, dass wir noch in dem Alter sind, dass wir Familie gründen wollen. Wir haben also noch ganz andere Interessen. Ja, und wir wollen Zweisamkeit erleben und dadurch passiert ist, dass andere Beziehungen erstmal in den Hintergrund geraten. Und im Laufe der Zeit wird sich dann zeigen, ob diese Beziehungen halten oder wie das mit denen weitergeht. Aber dass es erstmal sich auf die anderen Lebensbereiche auswirkt, hängt erstmal mit dieser Verliebtheitsphase zusammen. Und welche Folgen hat das für die Betroffenen und für die Beziehung? Das Leben verändert sich. Das Leben verändert sich. Freundschaften kommen und gehen gegebenenfalls. Manchmal kann es sein, dass jemand kaum Freunde hat und jetzt in einen riesen Freundeskreis von dem Partner oder der Partnerin reinkommt, was natürlich immer wieder mit einem Veränderungsprozess einhergeht. Und wir denken oft, was für mich gut ist, ist dann für den Partner oder die Partnerin auch gut. Und wir merken gar nicht, dass wir sie vielleicht überfordern. Ja, auf der einen Seite, wir haben ja immer gut positive Absichten. Wir haben immer positive Absichten. Aber wir bemerken oftmals nicht, dass unter dieser positiven Absicht dann doch unten drunter ein Angriffsgedanke oder eine Angst liegt, den anderen zu verlieren oder überhaupt jemanden zu verlieren oder wie auch immer. Das ist das eine, was für die Betroffenen, dass sich Lebensumstände verändern, dass wir aufgefordert sind, uns zu verändern. Und da kommen ganz viele Triggerpunkte auf uns zu. Wenn wir in eine neue Beziehung eingehen, dann wollen die Triggerpunkte geheilt werden, die uns vom Glücklichsein abhalten in dieser Beziehung. Ja, ganz wichtig zu wissen. Das ist erst mal, was auf die Leute drauf zukommt. Und für die Beziehung, welchen Einfluss hat das auf die Beziehung? Die zweite Phase, in der jede Beziehung geht, nach der Verliebtheitsphase, kommt die sogenannte, ich nenne sie die Heilungsphase. Aber viele nennen sie auch die Machtkampfphase. In der Machtkampfphase, oder ich erkläre es nochmal anders, in der Verliebtheitsphase haben wir zwei Menschen und um diese Menschen baut sich ein Raum von Liebe auf. Das ist der Sinn der Verliebtheitsphase. Und Liebe ist ein Raum, in dem Heilung möglich ist. Nur wenn sich zwei lieben, können sie heilen miteinander. Und das bedenken wir oft nicht. Und je intensiver diese Liebe ist, umso machtvoller ist die Heilung und umso kraftvoller sind die Trigger. Okay. Das ist aber nicht bewusst. Also je mehr Schmerzen mir der Partner zufügt, umso kraftvoller war die Verliebtheitsphase. Und die Verliebtheitsphase muss nicht lang. Also es gibt Verliebtheitsphasen, die sind nur einen ganz kurzen Augenblick vielleicht. Und ich hatte mal eine, die war über zwei Jahre, war super schön. Wichtig ist die Intensität. An der Intensität erkennen wir das Potenzial dieser Beziehung. Und die Auswirkung für die Beziehung ist, dass wir in Heilung kommen können, dass wir unsere Triggerpunkte heilen können. Was wir oft machen, ist, dass wir unsere Schutzmechanismen erforschen und die wieder hochfahren. Und dann passiert das, dass wir eben anstatt der Heilungsphase die Machtkampfphase erleben und dann eben eher entweder in die tote Zone gehen oder uns trennen. In Ihrer täglichen Arbeit geht es sehr häufig um Beziehungsprobleme. Was sind denn so ganz typische Auslöser, weil Sie haben sehr viel Erfahrung, dass Menschen sich einfach nicht mehr wohlfühlen in der Beziehung? Wie kommt es dazu? Ja, die Auslöser sind immer die Triggerpunkte, weil wir es einfach nicht schaffen, Rücksicht zu nehmen. Weil die Trigger sind Schmerz. Die Trigger und Schmerz will heilen. Und deswegen begegnen wir jemanden. Und die, die uns am nächsten sind, also die wir am meisten lieben, die sind am prädestiniertesten dazu, uns anzutriggern. Unsere Kinder, Eltern, Partner, die sind Chef, das ist auch so jemand, weil sie uns ja nahe sein müssten eigentlich, haben sie ein hohes Potenzial, uns anzutriggern. Aber unter diesen Triggern liegen ja schmerzhafte Erfahrungen. Und typische schmerzhafte Erfahrungen sind eben dieses, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gewollt, kommt ganz oft, oder ich wurde nicht geliebt. Man hat mich ungerecht behandelt. Auch seelischen, körperlichen und sexuellen Missbrauch habe ich auch erfahren. Es spielt oft eine Rolle. Also diese ungehaltenen, schmerzhaften Erfahrungen sind die Auslöser und die kommen dann immer wieder. Man muss sich vorstellen, wir haben, wenn wir geboren werden, kommen wir in die Beziehung mit Mama und Papa. Das ist die erste Beziehung. Das ist die Basis. Das ist wie wenn ich ein Haus auf festem Stein baue. Die Basis muss passen, die Basis muss stimmen. Und dann fangen wir an hier, schmerzhafte Erfahrungen nicht zu heilen. Durch diese Trauerprozesse werden die nicht geheilt. Und Schmerz, habe ich ja gesagt, Schmerz strebt nach Heilung. Das heißt, alles, was in dieser Basis nicht geheilt ist, kommt in jeder anderen Beziehung zum Auslöser. Das nehmen wir mit. Das können wir nicht verhindern. Wir wollen uns oft vom Partner trennen, von dem einen, weil wir denken, das wird dann mit dem Nächsten nicht passieren. Nein. Ganz im Gegenteil. Was wir da wieder nicht geheilt haben, schleppen wir wieder mit. Das ist wichtig zu wissen, dass der Schmerz durch alle Beziehungen mitgenommen wird. Frau Stiese, was sind die Gründe dafür, dass Menschen oftmals ihre Partner einzuengen versuchen, slash einengen, und deren quasi die Entscheidungsfreiheit berauben. Angst. Verlustangst oder Kontrollverlust? Ja. Wir haben ja immer eine positive Absicht darunter. Aber es gibt Dinge, die halten wir einfach nicht aus. Da haben wir Angst, jemanden zu verlieren. Wir machen uns Sorgen um jemanden. Er könnte krank werden, es könnte ein Unfall passieren, was weiß ich, Kinder könnten in der Schule versagen oder so. Und dann haben wir Ideen, entwickeln wir Ideen, dass wir ihnen etwas verbieten oder dass wir sagen, nein, mach das nicht oder mach das. Und ich hatte eine Teilnehmerin, die war gerade, also der Sohn war glaube ich 16 oder so, und er wollte unbedingt den Mopedführerschein machen. Und sie sagte, oh Silvia, der kann doch mit 18, kannst du nicht noch mit ihm reden, der kann doch mit 18 dann den Autoführerschein machen und da kann er ja dann Moped fahren. Und dann sage ich, was ist denn los? Ich sage, stellst du den Baum schon hin, gegen den er fährt? Ich sage, Liebe macht das nicht. Das ist auch etwas, wir denken immer, wenn ich mich um jemanden sorge, Ängste und Befürchtung habe, dann ist das Liebe. Nein, Liebe macht sowas nicht. Liebe tut nicht schon im Vorfeld einen Baum hinstellen, gegen den mein Junge fahren könnte. Liebe hält die Straße frei. Das ist das, was Liebe macht. Und das ist nur ein Beispiel, wir machen das ja ganz oft, dass wir hier in irgendwas rein investieren und wenn es dann in Erfüllung geht, dann sagt man, noch recht gehabt. Aber man muss wissen, zuerst ist der Gedanke, dann ist die Erfahrung. Nicht umgedreht. Erst ist der Gedanke, Geist denkt und Denken erschafft und nicht umgedreht. Wir denken immer, erst erfahren wir was und dann bewerten wir es. Nein, erst ist der Gedanke, erst ist die Bewertung und dann ist die Erfahrung. Verstehst du, wie kann ich solche Trigger, die mich belasten, solche Glaubenssätze erst einmal erkennen? Ich glaube, das Erkennen ist schon mal ein starker Prozess. Und wie kann ich diese für mich dann negativen Glaubenssätze auflösen? Wie kann ich die in etwas Schönes, Positives, in Liebe umwandeln? Naja, das Beste ist, Sie kommen in meinen Kurs, der große Selbstliebe, Online-Kurs. Das Jahrestraining, das ist perfekt dafür geeignet. Ansonsten, das Wichtigste ist das Fühlen. Fühlen, nicht mit Angriff reagieren, sondern fühlen, was macht es? Weil ja, die Welt ist unser Spiegel, ganz wichtig. Ich sage immer, die Welt ist nicht nur unser Spiegel, sondern die Welt ist ein zerbrochener Spiegel unserer Liebe. Wir haben lauter Herzensbrüche und diese Brüche sehen wir dann im Außen. Wie Ungerechtigkeit, nicht gut genug sein und sowas, das sehen wir dann im Außen. Und wir sind aufgefordert, diese Brüche wieder zusammenzusetzen. Wir versuchen das oft im Außen zu machen, aber im Außen ist es ja nicht, es ist ja in uns drin. Und wir haben mit diesen Triggerpunkten Erinnerungspunkte. und diese Erinnerungspunkte nehmen wir aus der Vergangenheit, stellen sie in die Gegenwart und gehen in die Zukunft damit. Das heißt, wir checken erst mal unsere ganze Umwelt. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir enttäuscht worden sind und da haben wir Erinnerungspunkte und das erinnert mich und das erinnert mich und das erinnert mich. Und im Laufe der Zeit wird es immer mehr, weil wir immer mehr darauf fokussiert sind. Und deswegen ziehen wir die Enttäuschungen an. Macht ja Sinn, oder? Wir gehen ja darauf zu. Das heißt, wir checken erst mal unsere Umwelt darauf, dass uns überall was passieren kann. Und dann, wenn wir denken, wir haben recht gehabt. Und davon müssen wir wegkommen. Davon müssen wir wegkommen. Das kann man einmal machen mit Gedankenhygiene. Mein Tagestipp für mehr Erfolg und Lebensfreude gehört zum Jahrestraining, kann man aber auch separat buchen, gehört aber auch zum Jahrestraining. Dass wir, Selbstliebe beginnt hier im Gedanken. Heilung ist auf der Erfahrung, auf der Herzebene. Wenn wir uns ein Herz vorstellen, und das ist gebrochen, mit der Gedankenhygiene fangen wir an, von oben zu heilen. so. Aber unten ist der Bruch am stärksten. Unten ist der Bruch am stärksten. Und Heilung durch Selbstliebe wirkt, dass wir an den Bruch rangehen. Und das machen wir über das Fühlen. Weil der Spiegel, wenn jetzt jemand mich beleidigt, das kann der Spiegel schon sein, der Spiegel kann aber auch ein Stück weiter unten liegen. und das machen wir über das Fühlen der Gefühle. Schmerz kann uns umbringen, das wissen wir. Schmerz kann uns umbringen. Es gibt Krankheiten, die sind nicht heilbar. Auf der körperlichen Ebene wissen wir das, auf der seelischen Ebene ist das genauso. Liebeskummer kann Herzinfarkte verursachen, können wir sterben dran. Das Fühlen des Schmerzes ist die Heilungsmethode. Und vom Fühlen stirbt niemand. Das ist im Moment, klar, wenn der Schmerz aufgeht, sehr heftig. Aber über das Fühlen ist das Heilmittel. Und es ist wie ein Jungbrunnen, das Fühlen. Das ist das Wasser des Lebens, sage ich immer. Man muss ja bedenken, der Schmerz, den wir unterdrücken, der ist nicht nur auf der Gefühlsdienste, der ist auch in unserem Körper. Ich biete auch so einen Heilström an und da hole ich die ganzen Emotionen mit raus und dann merke ich, das ist Trauer, das ist Frust, das ist Wut. Und das blockiert uns und das verursacht dann sehr viele Symptome, wie hier Halsbeschwerden, also Nacken-, Rückenbeschwerden, Knieprobleme, Magen-, Darm, also Unwohlsein und sowas. und fühlen, 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 fühlen ist ganz wichtig. Und die Selbstliebeprinzipien, die Selbstliebeprinzipien zeigen uns den Weg. Auf die Liebe schauen, akzeptiere, was ist, weil es ist ja eh, was willst du da, Widerstand sein, rebellisch sein, ist nur Zeitverschwendung, akzeptiere, was ist, übernimm Verantwortung und lass die Verantwortung dort, wo sie hingehört und vergib. Lass los, ja, lass los, deine Urteile, deine angstvollen, sorgenvollen Gedanken, lass die los, vertraue. Zum Vertrauen gehört für mich auch immer wieder, und das ist auch etwas, was unterschätzt wird, immer wieder auch die Anbindung zu Gott, Gott ins Leben reinholen, haben viele, ja, haben Gott vergessen, und ich merke in den Coachings immer wieder, dass wir uns danach sehnen, nach, weil die Seele von Gott kommt, die ist eine Ausdehnung Gottes, und wir sehen uns danach, ja, das bemerke ich immer wieder. Das ist eine sehr häufige Rückmeldung, die ich auch bekomme, dass das wunderschön ist, wenn ich denen wieder diesen Weg öffne, ja. Also Vertrauen, Vertraue, dann geh in die Führung, engagiere dich für deine Werte, ja, höre mal auf, dich für die Ungerechtigkeit da zu kämpfen oder irgendwas, sondern engagiere dich für deine Werte, was bist du, was willst du, wofür willst du gehen, ja, für Ehrlichkeit, Harmonie, Verbundenheit, diese, engagiere dich für deine Werte, ja, und dann, gib deine Liebe und geh weiter. Das sind die Selbstliebprinzipien. Wenn man das einmal wirklich verinnerlicht hat, ja, dann willst du nie wieder was anderes machen und dann gehst du durch deine Triggerpunkte durch. immer wieder, immer wieder, das wird immer leichter, immer freier, immer schöner, immer besser. Ein sehr schöner letzter Gedanke. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen über diese Themen und ich glaube, Sie sind gerade heute in dieser unglaublich hektischen Zeit wichtig, dass man auch mal innehält, reflektiert und, ja, wie Sie gesagt haben, auf sich und auf seine Gefühle hört. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ja, danke Ihnen auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.